Hallo Leute, heute möchte ich euch den Seed Belt Tensioner BT-1 von Cubic Systems noch mal ein bisschen näher erläutern. Wir haben den jetzt hier am BEAST montiert. BEAST kennt ihr, das ist eine eigene Entwicklung von Forced in Motion, eine Kombination aus einem Next Level Racing Traction Loss System, einer V3 und den POSIMO Aktoren mit unserem Adaptersystem. Und wir haben jetzt hier einen speziellen Adapter gebaut für das BT-1, so dass wir das auch hier am BEAST montieren können. Das heißt, das ist ein Universaladapter, der es erlaubt, nachher den BT-1 direkt auf eine V3 drauf zu montieren oder eben auf unseren Seed Frame, den wir entwickelt haben. Und der Vorteil ist, das Ganze ist jetzt mit dem Sitz verschiebbar. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und kann jetzt den Sitz so für meine Körpergröße anpassen, wie ich es brauche. Und tatsächlich bewegt sich der Seed Belt Tensioner mit, so dass also hier die Geometrie für den Gurt immer erhalten bleibt. Also das heißt, ich kann ihn jetzt auch wieder zurückfahren und ich habe hier entsprechend noch Luft dazwischen, damit also auch hier die Lüftungen funktionieren von dem Seed Belt Tensioner. Der braucht hier ein bisschen Luft und nach unten sowieso. Und das Ganze ist eben hier direkt an unserem Seed Frame montiert. Wenn der nicht da ist, dann wird eben dieser Adapter direkt auf die V3 montiert. Ja, und das kann man, das Ganze kann man im Flugmodus benutzen. Funktioniert hervorragend mit dem Flight Simulator. Können wir uns gerade mal angucken. Und danach baue ich das Cockpit um zu einem Renncockpit und dann sehen wir das Ganze im Renneinsatz. Und ja, danach gehen wir dann rüber zum Cubic-System und bauen das dann komplett in das Cubic-System ein. Auch da hat dieses Adaptersystem eine Daseinsberechtigung, weil wir es auch da auf die Sitzschiene montieren, so dass wir immer den BT-1 mit dem Sitz verschieben können und somit sich hier keine Veränderung in der Geometrie bzw. auch in der Vorspannung vom Gurt ergibt. Ja, also ich würde mich mal reinsetzen und mal eine Runde mit euch fliegen. Was man jetzt hier sieht, ist, dass der Seed Belt Tensioner in den Plattform-Manager von Next Level bzw. natürlich auch im Cubic-Manager integriert ist. Und ich kann jetzt hier mit den Schiebereglern verändern, wie der Seed Belt auf verschiedene G-Werte positiv wie negativ reagiert. Und wenn die Kamera jetzt mal zum Gurt schwenkt, dann wird man sehen, in dem Moment, wo ich jetzt hier nur schon den 0G-Regler bewege, merkt man, also ich spüre jetzt zum Beispiel eine Vibration auch im Gucht und der wird schon leicht angezogen und ich kann jetzt einfach mal so ein paar Werte hier verändern. Und jetzt merkt man auch, okay, jetzt zieht auch der Gucht schon ein bisschen an. Und das Ganze kann ich jetzt auch einfach im negativen Bereich schon mal machen, weil natürlich ganz klar, das sind hier eher so Einstellungen vielleicht für einen Fighter, für eine F-16. Ich fliege aber tatsächlich eher nur einmotorige Cessnas und Pipers. Ich kommentiere die Fliegerei mal hier aus dem Off, weil wir es ein bisschen zusammengeschnitten haben. Man sieht sehr schön hier die Rollbahn Aachen-Märzbrück, mein Heimatflugplatz, wo ich einen Pilotenschein jetzt gemacht habe. Da sieht man, wie das Prosimo-System gerade arbeitet und die Unebenheiten der Rollbahn tatsächlich auch übertragen werden. Und wir starten hier auf der 2.5 in westliche Richtung und gleich rotieren wir. Und dann sieht man, der Sitz kippt ein bisschen nach hinten und gleichzeitig zieht jetzt auch der Seatbelt ein bisschen an. Und jetzt hier bei den spektakuläreren Manövern sieht man richtig, wie der zieht. Und dementsprechend natürlich dann auch der Druck auf den Oberkörper dargestellt wird. Oder eben auch, wenn man eine richtig schlechte Landung macht und dann crasht. Hoffentlich sieht das mein Fluglehrer jetzt nicht. Natürlich vollkommen falsch auf dem Taxi-CV aufgesetzt. Aber man sieht auch hier, die Gurte lassen dann nach dem Crash wieder nach. In der Zwischenzeit haben wir umgebaut, Lenkrad, Pedale fürs Rennfahren montiert. Das Biest ist komplett eingeschaltet. Der Gurt ist noch relativ locker. Der wird sich jetzt automatisch spannen, sobald ich jetzt hier die ersten Meter losrolle. Jetzt habt ihr vielleicht schon gesehen, der ist jetzt gerade gespannt worden. Hier oben ist immer sehr wellig. Jetzt merke ich, dass langsam ein Druck auf den Gurt kommt. Jetzt zieht er rechts, jetzt zieht er links. Also man bekommt jetzt schon tatsächlich ein Gefühl für Eau Rouge, was das für eine Mörderkurve ist. Jetzt angrenzen, am Ende verkämmern. Jetzt zieht er ordentlich an. So und jetzt beim Beschleunen lässt er wieder langsam nach und beim nächsten Runde wieder anzuziehen. So ein schulhaftiger Abflug. So, und jetzt können wir einfach mal testweise das System weitestgehend abschalten. Das heißt, ich schalte das ProSino-System aus, ich schalte das Deplift aus und die V3. Und wir machen das Ganze nochmal. Ich gehe nochmal zurück in die Box. Und jetzt wird im Prinzip alles nur noch über den Welt-Tensioner gemacht. Das heißt, Motor-Vibrationen kann man darüber simulieren, den Gear-Change kann man simulieren. Das sind natürlich ganz feine Effekte, die natürlich hier in dem Gesamtspiel, ich will jetzt nicht sagen untergehen, aber schwer zu identifizieren sind, wo sie herkommen. Das ist aber tatsächlich ein ziemlich komplexes Gesamtgefühl. So, also wieder Gang rein. So, jetzt zieht wieder an. Und gerade jetzt hier unten in Orouge geht es ja erst links und dann rechts und das merkt man tatsächlich schon durch. Jetzt zieht er rechts an, jetzt zieht er ein bisschen links an. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel den Gear-Change durch einen ganz kleinen Ruck in den Dichtheitswürft gespürt. So, und jetzt zieht er ordentlich an. Und gleichzeitig auch im Takt des Runterschaltens nochmal zusätzlich Impulse. Jetzt zieht er rechts ein bisschen an. Jetzt wieder angreifen, zieht er wieder an. Auf den links. Jetzt wieder hart angreifen. Und wieder lösen. Und jetzt wieder hart angreifen. Und da merkt ihr auch mit Sicherheit gerade, wie das hinten schlägt im Gurtstraffer. Und man merkt hier ordentlich, was für ein Druck auf die Brust kommt. Das ist anstrengend, aber ziemlich cool. In der Zwischenzeit haben wir umgebaut. Das BT-1, der Seatband-Tensioner, ist am Cubic-System montiert. Das heißt, das Wies hat jetzt klassisch wieder nur einen statischen Sicherheitsscore zusammen mit der V3, so wie es eigentlich normal der Standard ist. War eine sehr coole Sache. Und jetzt testen wir mal, wie das hier ist. Und ihr seht, es ist der gleiche Adapter, den wir für die V3 benutzt haben. Den haben wir auch hier dran gemacht. Das heißt, auch hier kann ich jetzt mit dem Sitzverstellhebel tatsächlich auch meinen Sitz verstellen, so wie das sein soll. Und ihr seht, dass auch der Seatband-Tensioner entsprechend sich mit bewegt. Und das hat den Sinn, dass ich jetzt durch das Verstellen Sitzes eben keine Vorspannung auf den Brucht bekomme, sondern dass das immer die gleiche Geometrie hat. Wir haben hier den ES-1 von Next Level Racing. Das ist ja der kombinierte Sitz für die Formel- und GT-Position. Das heißt, wir haben eine etwas liegende Position. Ihr seht, dass auch hier die Pedale sind jetzt hier auch in der Formel-Position etwas höher montiert. Das heißt, ich habe mehr eine liegende Position. Ist tatsächlich sehr angenehm. Und ich sitze hier auch mit meinem zusätzlichen Gewicht sehr schön fett in diesem Sitz drin. Das heißt, eigentlich kann mir hier gar nichts passieren. Ob das so ist, sehen wir gleich. Weil ich fahre jetzt einfach mal mit dem gleichen Fahrzeug, wie auch eben mit dem Biest, eine Runde in Sparf und Jean an der Lippelstrecke. Und wir sehen auch hier direkt wieder oben an das Soß-Ausgang der Boxengasse. Hier gibt es ein paar Bodenwellen und die werden sehr schön simuliert von dem Führungssystem. Das ist das QS 210 mit 60 Millimeter Hub, das wir hier montiert haben. Und jetzt zieht es mir ordentlich hier auf der linken Seite am Gucht, weil diese Kompression von Eau Rouge richtig genial dargestellt wird. Das heißt, ich bekomme ein Gefühl dafür, was das für eine brutale Kurvenkombination ist. So, jetzt haben wir hier Ende der Camelgraden. Bei 100 ist der Bremspunkt. Ich gehe in die Reise und jetzt zieht es ordentlich am Oberkörper. Das heißt, das, was vorher das Problem war, nämlich, dass ich bei einem Cockpit-Mover quasi überhaupt kein Feedback bekommen habe, wie stark ich auf der Bremse stehe. Das Problem ist gelöst, dank Sieg bei Tensioner. Auch jetzt hier wieder auf Grussell, 180 Grad Kurven, schlecht angefahren und sofort gibt es den Rebound vom System. Das heißt, ich wäre beinahe in den Dreher reingegangen. Und jetzt geht es runter zur Doppelnebens. Schwer zu fahren, weil die nach außen hängt. Und auch hier wird sich jetzt der differenzielle Ausschlag ein bisschen bemerkbar machen. Ich merke jetzt rechts ein bisschen stärker in Wucht als links. Und damit wird jetzt zusätzlich noch etwas simuliert, dass wir also quasi eine Querbeschleunigung bekommen. Jetzt kommt die Rechtswieskombination. Unterschleunung. Einer hat die Dreher gemacht und man sieht, wie stark das System darauf reagiert. Auch hier wieder runter steuern und drüber bremst. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen sauberer fahren. Jetzt geht es nach Launchement. Wenn die Reifen mitspielen, geht die voll. Sie geht voll. Und jetzt angremsen zur Schikane. Das drückt mir tatsächlich die Luft aus der Lunge. Und ihr habt es vielleicht gesehen, beim Runterschalten hat der Gucht auch nochmal nachgelassen, wieder angezogen, nachgelassen, wieder angezogen. Das heißt, dreimal runtergeschaltet. Und ich habe also quasi auch diesen Schalldruck zusätzlich zum gesamten Cockpit auch noch in den Gucht gemerkt. Jetzt geht es wieder zu Lassos, anbremsen. Rausbeschleunigen. Und jetzt wird Vollgas runter, über die Curbs, Richtung Oben. Ich glaube, ich muss ein bisschen trainieren. Ja, Fahrfehler werden also auch richtig bestraft, wie im echten Leben. Glücklicherweise ist der Wagen noch heil, aber auch nur, weil es eine Simulation ist. Und ja, das war ein kurzer Bericht über den neuen Seatbelt-Tensioner BT-1. Eben in Verbindung mit unserem neuen Adapter. Gibt es nur bei Force2Motion. Entweder für das Kübik-System oder ein vergleichbares Cockpit. Oder eben auch montierbar bei der V3. Auch eine sehr coole Kombination. Ihr müsst jetzt entscheiden. Euer Budget, euer Spaß. Bis bald. Bis bald.